Das ist mein Turm, wo ich gestorben bin, wieder frei? Ne, da ist einer drauf. Ich wollte meine Waffe wieder haben, die war eigentlich noch nicht schlecht, oder? Geh hin. Da ist noch einer. Gleich nicht mehr. Der ist aber noch. Oder hast du ihn gekriegt? Zwei Stück down. Teamwipe. Krasser Typ, oder? Ah, schallah. Maschallah. Das war eh... Wie kann das ein Teamwipe gewesen sein, wenn der noch... Oh! Leute! Ja, wenn der mal nicht perfekt geflogen kam. Aber wie war das gerade ein Teamwipe, wenn der eine noch am Kriechen war? By the way, ist das Loadout gelandet. Jojo, wir kommen. Ich, komm. So ein Austausch von mir. Danke nicht. Also, wollen wir Position wechseln? Ich würde sie schnell wiederholen gerade. Oh, schotzt auf mich. Von hinten, von dem Turm wieder. Schotzt Feuer. Ja, ich sehe ihn dort. Danke schön. Kein Problem, Leben riskiert. Der ist irgendwo dort oben. Nehme neue Position ein. Von da wurde ich aber nicht angeschossen. Ne, auf den hohen Turm sind wir. Auf den ganz oben? Ich meine schon. Was ist denn das für ein Drecksvisier? Der ist in der Zone, der Idiot. Idiot. Leute, wir sollten. Wir nehmen den LKW gleich. Oh, sollte er jetzt ruhig schon fliegen? Ja, ist egal. Flieg. Du verlierst deinen Boden. Fahr, fahr. Ich habe den King down. Nice. Bin drauf. Aber er ist noch nicht tot. Der wird noch sterben. Jetzt ist er tot. Ich habe keinen Kill bekommen dafür. Ich bin immer noch bei drei. Na toll, jetzt ist auch noch Ausbruch. Let's go. Kommt ihr? Oh, sorry. Machst du das? Bedrohung wird höher, Bedrohung wird höher. Leute, vergesst mich nicht. Oh, 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 oh. Aber ich glaube, wir werden beschossen, Leute. Oh, gut, dass du zurückgefahren bist. Da kam gerade ein Clusterschlag. Ich habe es gebrochen. Runter, 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 runter. Was? Runter? Oder nicht runter? Nein, nicht runter. Geht in Deckung. Das meine ich. Oh, jetzt hatten wir Glück. Keine Shots mehr. Keine Panik. Der Schleuser bringt euch in Sicherheit. Hat ihr meine Muni-Kiste? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nee. Aber Munition wäre auch was, dass ich brauche. Wollen wir irgendwo raus? Markiert irgendwas. Es ist wieder rote Bedrohung. Nee, nee, warte, warte, warte. Ich will erstmal von der Bedrohung weg. Erstmal von der Bedrohung weg. Wie kann die rot sein? Ist doch nicht mehr rot. Gott, war die wieder rot. Ja, gute Idee. Soll ich noch ein Loadout holen? Ich brauche keins, aber kannst du machen. Wir haben eh genug Geld. Mann. Eine Drohne hole ich. Was war das? Was ist das hier? Die Richtung. Ah, ja. Shield Break. Von rechts auch irgendwie. 18 Schuss. Aber Platten wären noch was cooles und Munition. Können wir eine Munitionskiste kaufen, wenn wir zusammenlegen? Nee. Oh, scheiße. Jetzt habe ich das falsche Loader genommen. Na, super. Äh. Aber eine Drohne wäre noch gut, wenn ihr Monstergeld geben könnt. Was ist denn, wie? Äh, ich brauche noch 800. Was ist? Guck mal da. Was? Wo? Sherog. Ah, danke schön. Sherog. Schnappen wir es uns. Oh, shit. Oh, 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 oh. Sniper. Wieder aus dieser Richtung. Von rechts. Oh, du dreckige Sau. Wurde gerade abdrücken. Von hinten oder kam das von rechts? Oh, damn it. Ich habe, glaube ich, doch nicht so eine gute Idee. Ähm, nein, er stand da noch an der Mauer, aber ich weiß nicht, ob er jetzt kommt. Ich habe leider nicht mal eine Platten. Da ist einer gestorben vor der Tür. Da ist einer Leichenläden ohne Drohne, ne? Hier liegt eine Platte. Ich habe Platten. Fire away, Leute. Die Zone kommt wieder. Ja. Sollen wir weiter fahren wieder? Ja, ja, komm. Oh, wir hätten genug, um Sherog zu holen. Komm, schnell. Wir holen Sherog vorne. Hinlegen. Oh, 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 oh. Das Auto ist hart am Smoken, ja. Ja, gute Idee da vorne. Dann, wir haben Scharfschweig dann direkt. Ui! Open, 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 open. Ja. Sniper vor euch im Norden. Ja. Hab ihn. Da ist noch einer. Down. Weiter. Ich dropp dir Geld, hol da ein Shellrock. Hier, liegt das. Ah, wo ist die verdammte Buying Station? Ach, hier. Äh, ich hab zu wenig Geld. Ja, sie hat das Geld genommen. Los geht's. Los geht's. Let's go. Auto kommt, linken Seite. Einer Shieldbrake. Fährt aber weg. Mhm. Ja. Ja. Das ist eigentlich immer auf diesen ganzen... Äh, Achtung, nochmal ein Auto nähert sich. Aber der ist ausgestiegen. 39 Meter. Und jemand hat... 12 Meter. 12 Meter die Richtung. Der ist gleich unter uns. Über uns. Wir landen hier. Ja. Mal ein Auto von hinten. Oh, jetzt geht's rund, Leute. Äh, der war dort hinten. Beim Shop? In der Nähe, ja. Ja. Pass auf den Haar, pizze ich. 50 Meter. 31 Meter hier. Und einer snipet hier rein. Geht nicht ans Fenster. Geht nicht ans Fenster. Vom Berg snipen die rein. Einfach defensiv bleiben. Ah, scheiße. Achtung, die kommt jetzt rein. Miss Van B, pass auf. Geht weg. Geht weg. Der Auto kommt. Warum? Was? Warum machst du das? Anhängig. Er schießt. Hat nix mehr. Ja, ist dort hinter dem Stein. Ja. Wir müssen gleich weiter. Ich fährt auch durch die Richtung her, wo der gerade lang gerannt ist. Hier so links. Okay. Bei rechts war der Sniper und so. Gegner vor uns. Und. Oh. Ich fährt nicht. Ich fährt nicht durch die Fenster. Oh, 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 oh. Von hinten, von hinten. Wo ist der? Ah, ja, da. Von der anderen Seite auch. Links auch, links auch, links auch. Okay, hab ihn. Wo? Wo? Von dem Wald. Hab ich. Wo Donald gesagt hat, ich soll dort lang lang. Hab ich. Ja, schieb's auf mich. Hast du noch Plappen? Ah, ja. Ich wollte nur beschreiben, wo. äh, Mr.B. Komm schnell! Lass hier hoch. Boah, das wird so hart, jetzt da hochzukommen. Mhm. Hart ist mein zweiter Vorname. Uiuiuiui. Uiuiui. Ah, weiß ich nicht, ob das hier. Ich hab das Gefühl, die warten schon fast darauf. kommt man jetzt da am besten ich sag immer diese scheiß felsen sind echt entgegner ich glaube wir sollten hier der seite entlang nicht ich bin oben oder auch scheiße du bist er kam noch da hinten lang ach so was man kann man kann nicht durch den busch laufen alles klar das war es komplett also das kannst du dir auch insekten einfangen kann nicht durch den busch getötet sehr gut sehr gut wo 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 ja da komm rein kommt rein Oh, die Zone kommt scheiße Dankeschön Komm, schnell Wohin? Hier, runter, runter, runter Habt ihr noch einen Oh, linken Seite Beide gedaunt Einer mit dem Fallschirm Alles Das ist hier lang Fuck, ich werde angeschossen Oh 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 Von wo? Also mal Fuck Oh shit, von hinten, ja Fuck Das war's.